Hallo, mein Name ist Christoph Waffenschmidt und ich bin der Vorstandsvorsitzende von World Vision Deutschland. Eingebettet ist unsere Arbeit in die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Diese sind vor fünf Jahren verabschiedet worden und sollen helfen, dass die Welt sich zum Beispiel in der Umwelt oder in sozialen Fragen nachhaltig weiterentwickelt. Fünf Jahre ist es her, höchste Zeit nachzuschauen, wie sich die Welt weiterentwickelt hat. Meine Kolleginnen und Kollegen in vielen Ländern, wo wir aktiv sind, helfen uns dabei und werfen jetzt einen Blick darauf, was sich getan hat und wo es noch Handlungsbedarf gibt. Hallo, ich bin Gayane von World Vision Armenien. In Armenien leben wir alle drei Kinder in Poverty. In Armenien haben wir entschieden, um die Graduation Modelle zu verabschieden, das eine komprehensive approach zu verabschieden, um die größte Wunnerable Kinder zu verabschieden. Das hat die Psychologische Unterstützung, Familie Unterstützung, Social Work und Economic Resilienz. Die Resultate von Pilot, bereits verabschieden hier, demonstrieren, dass jeder zweite Familie ist zu verabschieden. Und das ist das, dass wir über die Götter der Götter und die Götter der Götter überprüft haben. In diesem Jahr haben wir auf die Götter des Götter des Götter des Götteres zu verabschieden. Wir arbeiten mit der Regierung, um die Erfahrungen anzuhalten, zu erfüllen, und die Güven in den Götter des Götter der Götter des Götteres zu verabschieden. And of course, we continue working with the families on the ground to support them to eradicate poverty.